Renn! Renn! Schneller! Geh weiter! Renn! Geh auf die Kapsel! Fast geschafft! Ich seh die Kapsel! Da ist nur eine. Nein! Du weißt nicht, was du tust! Ja, früher nicht! Jetzt schon! Was willst du damit sagen? Es tut mir leid. Alles. Ich gehöre hierher. Tu das nicht! Schildkopf! Tu das nicht! Oh! Oh! Dann Transfer beendet. Der Transfer verlief in beide Richtungen. Er lernte mehr über mich. Und ich über ihn. Im Eifer des Gefechts bemerkte ich nicht, dass er mir auch die Beweise beschaffte, die ich die ganze Zeit gesucht hatte. Er gab sein Leben, damit ich die Wahrheit ans Licht bringen konnte. Wollte er das wiedergutmachen, was er getan hat? Oder suchte er eine Art Erlösung? In jedem Fall hoffe ich, dass er etwas Frieden fand. Jacob! Vielleicht können wir doch entkommen. Temporäre Reaktorscherz-Sicherheit aktiviert. Aber ich werde deine Hilfe brauchen. Was ist off der Weg? Tag. Ja, ich werde deine Hilfe brauchen. Aber ich werde dich kurz auf. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ...... 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 ......... ......... ......... ...... 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 .........